Zweiter Satz. Sie muss eigentlich nur noch ausservieren, Julio Potintseva. So zum Beispiel. Ist er bekannt dafür, dass sie viele Asse schlägt, Potintseva. Und dieser Reputation wird sie hier gerecht. Es gibt immer diese schönen Zusammenschnitte von einigen Tennisportalen, wo es dann heißt, 55 Sekunden Aufschlagspiel von John Isner von Roger Federer. So, das weiß sie. 59 Sekunden. Ja, okay. Also. Vier Asse. Unglaublich. Julio Potintseva. So, jetzt muss sie sich aber fangen. Die gute Olicia Perwuschina.